Ich bin maximal verwirrt, Digga. Auf den letzten Jibbit, ich bin maximal verwirrt. Wie bist du gesprungen? W, ich hab einfach W gedrückt. Lol. Direkt tot, Digga. Du willst J, das auf der anderen Tastatur meinst du? Auf der anderen Tastatur, Digga. Mann. Mann. Mann, das ist doch so aggressiv. Was? Was? Was ist das denn? Willst du mich verarschen, Digga? Ja, K.O. Wie? Ja, Junge. Du musst durch Stein fahren, Digga. Level ab. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Du scheiß Level ab, Alter. Ja, halt deine Fresse. Ey, du musst einfach nur die Ziellinie erreichen. Ja. Wow. Das ist schwerer als du denkst, Junge. Ja, warum? Weil die es nicht geschafft haben. Goldmedaille. Was? Ja. Komm mal zu mir, da gibts ein leichtes. Nice, Digga. Da muss man lang springen. Ja, da geht's nicht. Ah, nach links, nach links. Nach links ist er springen. Nach links. Da muss man lang springen. Sack. Oh mein Gott. Wie machst du das? Ich bin zu blöd dafür. Oh Gott. Mach ich jetzt von Red Bull. Oh scheiße, Digga. Oh scheiße, Digga. Digga. Was war das für ein Bergzieger, Alter? Muss ich mal sehen, Digga. Ich bin jetzt direkt vor dir. Jetzt seh's, jetzt seh's. Siehst du, wie ich da runterfalle? Ja. Digga, ich bin so eine Hand gehoben, Alter. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, Digga. Ich bin aber rausgeflogen. Oh Digga. Denkst du, wir können das mit dem Jumpsuit machen, Digga? Ja! Was? Was ist das? Eine Mission, oder was? Digga. Das war absolut lächerlich. Oh Gott. Ah! Ja, von hier, Digga. Ja, pass auf, Digga. Das war's. Anfängerglück. Stand da gerade. Ach, Junge. Danke. Ja, jetzt bin ich hier. Oh ja, komm hoch rein. Digga, was? Ja, komm hoch rein. Ja, komm hoch rein. Hey! Danke. Tschüss, Digga. Tschüss, Digga.